Hallo, ich bin Qi Wang, beruflich bin ich Fachärztin für Psychiatrie und Physiotherapie. Mit Integration von Qi Gong in meinem Beruf kann ich viele Menschen schneller helfen. Vor über 30 Jahren kam ich in China mit Qi Gong zum ersten Mal in Kontakt. Ich bin davon sofort fasziniert, weil ich das Qi tatsächlich spüren konnte. Wenn ich Qi angerischte, spürte das Gegenüber es auch. Dieses Erlebnis hat mich tief beeindruckt. Ich realisierte, Menschen bestehen nicht nur aus sichtbarem physischen Körper, sondern auch aus unsichtbarem Qi. Man kann durch Bewusstpflege vom Qi, vitale und gesündere Welt. Was ich kann, kannst du auch. In meiner Lektion zeige ich dir gerne, wie du dein Qi spielst, wie du das kosmische Qi sammest. Mit diesem Qi kannst du deine Selbstheilungskraft aktivieren. Das tolle daran ist, universaler Qi ist unerschübtlich. Es ist genug für alle da. Also, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns am 27. April.